Nein! Nein! Komm! Irgendwas! 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 Oh, sie kommen schon. Okay, wir probieren eine neue Waffe aus. Dieses LM... SM... Es ist... eine Waffe. Das Mammut-SMG. Oh. Eigentlich kann ich sie da durchlocken. Ja. Oh. Mit der Durchlocken meine ich gleich mal wegmachen probieren, während sie mich spawn campen. Ist auch mich spawn zu campen. Geht ja gar nicht. Ab, der ist gedodged. Immer weiter schießen. Immer weiter schießen. Die spawn campen mich. Die spawn campen mich. Okay. Okay, ich renne raus hier. Ich glaube, da fehlt. Da kommen mehr. Mammut. Nach Land. Genau für eine Kugel. Ich habe mir gar nicht angeschaut, was er für Fähigkeiten hat. Aber es schießt schnell. Ich schätze, das machen wir nach dem Fight. Und dann probieren wir gleich die nächste Waffe aus. Okay. Ich glaube, es kommt wieder eine Welle. Aber wir werden sowieso zuerst Muni holen. Ich sehe die Welle schon kommen. Ja. Ja. Bleiben wir bei Mammut in der Zwischenzeit. Obt. Ich wollte kriechen. Das gibt es in den Spielen nicht. Mit ein bisschen Glück hupfen die Fetten da jetzt rein. Mit ein bisschen Pech hupfen sie total in mich rein. Ha. Was für ein Torch. Das war's mit meinem Spezial-Muni. Jetzt bleibt es doch in der Luft ein bisschen hängen, Jungs. Das will hängen bleiben. Das Kultusseumstor ist schon jetzt ein schlechter Anfang. Ufufu. Boah, die rushen mich. Habe ich mal Zeit für ein Intro? Okay. Okay. Was hat das... Okay, probieren wir einfach die andere Waffe. Die, glaube ich, Gift und... Gift. Und Magazin aufladen. Es geht weiter. Aus wie eine Schnellfeuerwaffe. Und Gift wird vielleicht bei Borsen ziemlich gut sein. Ich will die ganze Zeit kriechen für die kleinen Dach. Naja. Solange wir die mega violette Shotgun haben. Die alle Goldwachen übertrifft. Weil sie Feuerwerkexplosionen um mich herum lässt. Erreiche das Kultusseum. Da zum Trinken. Na. Nächste Welle kommt. Die brauchen sie jetzt gerade nur durch Shotgunnen. Ich sehe Muni liegen. Und die Shotgun wird schon richten. Uh, schaut gut aus wieder. Bam. Bams. Bams Nail. Bisschen Stopping Bar hier. Bisschen Stopping Bar hier. Ich habe gar nichts gemacht. Ach komm schon. Jetzt lass mich doch mal nachladen. Dann haben wir Wenner gestoppt. Jetzt ist er vielleicht. Ja. Da. Ich hebe ab. Der befasst wieder. Ei, ei, ei. Oh, jetzt hätte ich fast mal die Giftwaffe ausprobieren können. Mh. Mh. Brrrrrr. Was? Was jetzt? Ah, natürlich. Jetzt wird Giftwaffe ausprobiert. Da ist ganz hinten der Typ. Habe ich die Reichwerte? Habe ich. Nice. Macht halt nicht wirklich viel. Das hat gar nichts gemacht. Oh ey. Oh, es wird wieder ein Rückzug. Okay, sehr schön. Das war wichtig. Rückzug. Und andere Seite. Ah, ich hab mich in die falsche Ecke reingerollt. Ein Schuss. Oh je, raus hier. Ah, nicht gehoben worden. Aber getötet. Puh. Dürfen wir mal rein ins Koalisierung? Ich weiß, was mich drinnen erwartet. Mehr Monster. Ich hab jetzt keine Ahnung, welche von den zwei Waffen mir mehr gefallen hat. Sind beide so okay. Ah, das ist echt ein bisschen los. Okay, probieren wir das andere nochmal. Da brauch ich nur rollen und dann geht mir die Muni ja nie aus. In Erinnerung behalten. Immer rollen. Wahrscheinlich wieder zurückrollen, wenn sie mich lassen. Wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt wieder eine fette Monster Party. Aber ich glaub, niemand, der fliegt. Räume kammerfrei. Wo sind meine Monster? Wo sind meine Monster? Wo ist der Maximus? Hallo? Ich weiß, dass Monster kommen. Ich hab das schon mal gespielt. Ja, da sind sie. Jemanden gekrochen damit. Sehr schön. Oh je. Oh je. Oh je. ist gerade abgegangen. Nicht schießen aufhören, nicht schießen aufhören. Ja, wie schon gesagt, fette Party hier. Ganz fette Party. Oh, nein, da will ich raus. Oh, ja. Oh, wo habe ich mich gerade hingerollt? Kann ich wieder zurück? Kann ich zurückgehen? Rückzug. Eindeutiger Rückzug. Wie habe ich den verfehlt? Ach, kommt schon. Nicht cool, nicht cool. Okay. Wir haben den Rückzug geschafft. Naja. Ich weiß nicht, ob sich das die Waffe auszahlt. Die Explosion hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Wir werden den Großen einfach ganz zurück locken. Jetzt habe ich trotzdem nochmal weiter nachgeladet. Okay. Nicht der Sprung. Nicht der Sprung. Flieg! Nein. Er fliegt nicht. Irgendwas hat er jetzt. Oh, ist ein Spezial. Föhn. Das Gute ist, ich kann hier immer zurück dann. Aber es kommen glaube ich noch weitere Wellen hier drin. Vielleicht ist mir das schon bei einem Abzugfüger weh. Oh, das hat gut getroffen. Weg mit dir. Okay. Wir werden die Waffe wechseln. Das Mammut ist nicht ganz meins. Da können wir es lieber ein bisschen vergiften. Man kommt schon die nächste Welle. Gut, dass die Käfer zuerst rausgekrallt sind. Ab, die rennen weg. Okay, was haben wir hier? Ich werde wieder ganz zum Sponsor gedrängt, bis aufschaut. Ich habe gerade was nicht mehr explodiert. Warum brenne ich? Oh, komm, bitte drauf, Mann. Danke. Ach du. Heiliges Mammut. Okay, wir probieren es noch mal reinpushen. Ich wäre wahrscheinlich verreckt, wenn ich nicht ganz zurücklaufen hätte können. Uff, die Rüstung schaut gut aus. Das hat keinen Grund. Das hat keinen Sinn. Alles nicht. Okay. Kommt noch was Fettes? Natürlich. wo rennt sie hin? Warum rennt sie raus? Ist da einer weggerannt? Oh, Musik kriegt wieder hin. Hopp. Da sind auch noch kleine. Wenn wir es verdiften. Oh, das war ein guter. Und ich sehe irgendwo einen Boss herkriechen. Das ist wahrscheinlich ein langsamer. Das war noch gerade noch ein guter Dodge. Guter Granatenschaden. Wir versuchen im Kolisierungvorgang drinnen zu bleiben. Vorgang, Vorhall, Vorsaal, was auch immer. Uff. dass wir nicht dann wieder den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Okay, was kommt auf der rechten Seite? Kommt überhaupt was? Das ist die Kleinen, dass es Granatenschadenscheib gibt. Ja. Genau so will ich das sehen. Ich schwöre, der ist total daneben gedodged. Irgendwelche große Spawncampen da hinten. Dann machen wir euch halt weg. Was haben wir hier? Wer ist Spawncamp hier drinnen? Natürlich. Was denn sonst? Was denn sonst? Habt reingehaut. Die langsamen. Der andere Granatenschaden bekommen hat. Er wurde auf jeden Fall gehoben. Ich höre Bop. Vielleicht bin ich am Boden wie mein Hoden. Oder so war der Text. Ah, das kann doch was. Huff. Irgendwel Moni. Hätte vielleicht doch Moni zuerst mehr im Sand. Weil jetzt kommt eine Katze hin, glaube ich. Ja. War, glaube ich, doch eine schlechte Entscheidung. Wo ist die Moni? Da hinten. Die Ganzen doch noch. So. Wo bringen sie die Monster raus? Hier sind sie. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was für ein Bosskampf jetzt war. Ich glaube, einer der großen blauen Typen wie Kristall löschießen am Boden. Oh, dieser hier. Daneben. Nicht daneben. Locken wir sie drauf hier. Banatenschaden. Wir bleiben drauf auf ihn. Ja. 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 Was haben wir hier? Gehen wir wieder zurück zum Moni. Ob es ausschaut, brauchen wir sie. Yes. I need it. Und der nächste Dawn. Was haben wir hier? Bar de Moni haben wir hier. Ich glaube, wer von denen in der Luft geschossen. Ich habe noch keinen Boss gesehen. Blutkönigin. Das könnte ein Boss sein. Yep. I see you. Ei, ei, ei. Banatenschaden. Warum nicht? Nein. Nein. Ich glaube, Den kleinen lassen wir uns übrig, falls wir mal ein Leben brauchen. Und wir gehen Moni holen. gleich voll anschießen damit wir wieder Leben bekommen was hast du zu tun ich sehe dich oh nach hinten das ist neu jetzt ist er dran der kleine Granatenschaden ich glaube der hat nichts gemacht ich glaube das ist der letzte von den Monsteren aber dieser Maniak ist nicht zu glücklich hier geht's jetzt sind wir da was da ist ein Boss Mist menschliche Bosse oder fette Schaden das war ein schöner Headshot ohje 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 uff da ist ein Boss deswegen ohje ich wurde geflossen nein nein komm irgendwas 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 raus hier die ersten Menschen die Brücke fliegt oh Mist oh ich habe aufgegeben ich Idiot coupled ich bei mir